R-E-W-R-M-S-I-D-E Yeah, yeah, alright. Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen, neuen Video. Mit dabei ist heute eine Zitrone. Oh, ey, was geht ab? Gut, ein Unterschied zwischen dir und der Zitrone ist tatsächlich nicht so groß, weil, wenn ich euch beide sehe, werde ich extrem sauer. Da fängt es schon wieder an. Leute! Das wird ein guter Geruch. Lukas, ich würde ganz kurz sagen, dass du mal kurz... Hilfe, Junge! Okay, pack das weg. Das ist übel. Ich bin so die Zange, also okay? Ich bin doch mal! Leute, ganz kurze Ansage. Wir werden heute wieder eine Runde Destiny gemeinsam spielen. Die Open Demo, die Demo an sich an dieser Stelle, ist auf jeden Fall für alle Plattformen verfügbar. PS4, Xbox und PC. Wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, gönnt euch auf jeden Fall die Demo. Lukas macht es auch den ganzen Tag, oder? Auf jeden Fall immer. Ne, jetzt mal Spaß beiseite, Leute. Schaut auf jeden Fall mal in die Schreibung. Da ist auf jeden Fall alles dazu verlinkt. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall Destiny for Free spielen. Am Donnerstag gibt es bei Soverein nochmal einen kleinen Destiny-Stream. Ich werde erst ein bisschen Craft-Attack streamen und dann am Ende zu Destiny rüberswitchen. Also schaltet da auf jeden Fall auch ein. Lukas und ich haben uns eine richtig lustige Challenge überlegt. Und zwar dachten wir, wir spielen ein bisschen online zusammen. Lustig. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Ich hasse sie drauf. Lukas und ich haben uns eine lustige Challenge überlegt. Und zwar würde ich sagen, Leute, gehen wir nochmal hin, spielen eine Runde online. Und derjenige, der stirbt, darf erstmal schön in so eine Zitrone reinbeißen, Leute. Ich weiß, so krank ist es jetzt nicht. Da muss man aber dazu sagen, dass Lukas eine Zitrone allergiert und wahrscheinlich im besten Fall davon im Krankenhaus landet. Und ich einfach Zitrone extrem eklig fände und saure Sachen gar nicht abkann. Ich auch null. Ich kack da voll weg. Ne, ohne Scheiß. So kannst du mich auch nicht, aber ich bin ja auch ziemlich sauer auf dich. Macht Spaß oder gehts? Weiß, schnell mal rein. Was? So, ich kann das nicht. Er macht einfach. Oh mein Gott, ich werde einfach nicht sterben. Ich habe jetzt hier ein 30-0, denn egal. Ich glaube, ich habe Schlagervergalt gehabt, Bruder. Ich habe das Licht gesehen. Digga, ich habe das Licht gesehen. Oh, Leute, schaut mal, wer da ist, Alter. Der Evoken... Digga, ich bin Evoken Male. Alter. Ich bin ein erwachter Mann. Hast du da schon weitergezockt, oder? Ja, natürlich. Ich spiele immer wieder zwischendurch, wenn ich mal Zeit habe, Leute. Dementsprechend habe ich ja auch Bock, jetzt hier mit Lukas eine Runde zu spielen. Also eigentlich... Fangen wir einfach an mit einer wunderbaren Runde. Quick Play, Leute. Kopfhörern, Lukas. Gibt es heute einfach mal nicht. Wer zogst du das? Ich würde sagen, ich fange einfach mal an, weil ich ja schon in Zitrone gebissen habe. Von daher ist es ganz cool. Ich muss auf jeden Fall mal ein Lichtlevel hochbringen, Leute. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für ein Lichtlevel seid. Falls ihr Destiny generell spielt und falls ihr es noch nicht tut, dann gönnt ihr auf jeden Fall mal die geile Demo. Ich habe einen kurzen Kamera-Akku hier gefunden. Moin. Wo war der denn jetzt im Stuhl, oder? Ne, der war in meinem Arsch. Ah, korrekt. Wir warten jetzt mal ganz kurz. Ich würde sagen, es gibt jetzt einfach einen kurzen Schnitt, bis wir dann in-game sind. Leute, im Stream gibt es auch noch eine kleine Verlosung. Das heißt, wenn ihr Bock habt, etwas zu gewinnen, zum Beispiel so eine kleine Destiny Collectors Edition, oder diesen unterschriebenen Keks von Evive. Hier, unterschneiden wir mal ganz kurz. Alter, den würde ich auf jeden Fall da noch essen. Das klappt ja super, perfekt, Leute. Es gibt hier ein Evive-Keks. Alter. Tatsächlich genauso fett und nutzlos wie er. In diesem Sinne, Lukas, würde ich sagen, beginne ich doch einfach mal mit einer kleinen Skill-Compilation hier. Bei jedem Tod abwechseln, ne? Und bei jedem Tod einmal reinbeißen. Junge, das wird so geisteskrank. Wir werden alle Zitronen essen. Wir haben einen Vitamin-C-Overload, Digga. Wir werden nie wieder krank in unserem Leben. Auf geht's, Alter. So, was spielen wir? Wir spielen Captain Fleck, ist das, glaub ich, ne? Okay, was sagst du dir vielleicht jetzt? Machst du erst am Anfang? Gar kein. Ich werd mir schlecht gestern. Ich seh's auch so. Komm, 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 komm. 2 Sekunden. Merk dir mal, welche du hattest gleich. Die habe ich! Mach weiter! Ja, ja. Komm, 0 mit der Steuerung, klar. Alright, boom. Ist da überhaupt einer? Nein, da ist doch noch einer. Ohhhh! Da spielst du vielleicht weiter? Ja, ne doch. Ey, warte mal. Eigens musst du das noch eintrinken. Äh, einmal reinbeißen. Lukas, ich hab schon... Ja, aber ich hab einen Kill gemacht. Ja, das haben wir nie gesagt. Also Lukas... Ja, jetzt regelt dich dazu auf und ne? Lukas, soll ich die Indizitrone mal reinfassen, dir den Finger ins Auge haben? Ne, lass mal, lass mal. Ne, lass mal, lass mal. Bisschen verändert. Boah! Biest, Junge! Was geht denn ab hier? Ja gut, du hast zwei Kills gemacht. Ja, ohne zu sterben. Warte mal ab. Ich will dir echt nichts sagen, aber ich bin schon übelter Pro-Gamer an dem Game. Mhm. Wo ist der Typ hin? Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich will nicht, Junge. Lukas, ich würde sagen, gönn dir die Zitrone und ich bin dran, Alter. Okay, 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 Leute. Es geht auf jeden Fall hier um alles. Es geht um die Krone in Destiny 2, Mann. Es geht hier um nichts anderes. Was denn? Was denn? Magst du Zitrone nicht? Ich kann das nicht. Oh, Junge. Oh. Das Maul, Alter, stirbt doch. Junge, gib doch. Bäh! Junge. Der macht doch was. Hey, was machst du denn? Ja, sauber, sauber, Alter. Die Wache ist ja richtig scheiße. Was ist das für eine Power-Würfen, die ich da drin habe? Nimm und weiss rein. Junge, Alter. Weg. Hey, sag mal was! Junge! Tut mir leid. Mach das weg. Boah, ich kann nicht mehr. So, komm. Ich werde jetzt einfach nicht mehr sterben. Einfach easy. Warte mal. Was denn? Ey! Ja, chill doch mal. Wir haben keine Regeln gemacht. Spiel weiter und ich knipse dir deinen kleinen Zeh ab. Ja, ich spiel. Wow! Da kommt einer. Easy life, Junge. Nick, hast du nicht gemacht. Ja, wow. Aber ohne mich wäre mein Team nicht gestorben. Ich glaube, das wäre anders gewesen. Ich glaube, du wärst ohne dein Team nicht gestorben. Möchtest du hier nicht ohne Beißen sein? Ne, 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 ne. Ja? Gönn dir einfach mal eine Sache. Warte, war das mein oder dein? Ah, dies von uns allen, Lukas. Du musst es fühlen. Das ist hier, das ist Gemeinschafts. Weißt du? Okay, Alter, pass mal auf jetzt. Alter, wenn dir schon eine Rieche, ne? Egal. Was riechst du dann? Gesundes Vitamin C, oder? Was ist da gerade passiert? Ach so, man wundert sich gerade. Warum mache ich das immer? Weil ich deutlich mehr Abonnenten lasse und du das wahrscheinlich auch... Oh, stimmt. Abonniert doch mal. Korrekt, Alter, was du in meinen Merch Club geworben hast. Dankeschön, Alter. Ah, ja, klares Eins gegen Eins. Easy, oder? Ach, gegen drei Leute ist machbar, oder? Mhm. Super schade, ne? Ne. Aber es sind halt drei Leute und... Nein! Was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Weiter geht's. Junge, wir machen aber beide gar nichts hier. Du bist deutlich besser als ich. Ich verstehe das auch nicht. Naja, hier ein bisschen... Junge, hör doch mal auf! Weg! Guck mich nicht an, wenn du isst! Du sagst, was du vorhin, Junge! Lecker! Naja, also ich glaube, dass ich jetzt schon verloren. Oh, korrekt. Oh, no. Alter, der hat einen Schwert. Der hat einen guten Hit bekommen. Der hat einen Schwert. Der hat einen Schwert. He, du Trevor! Siehst du? Ich hab's dir gesagt. He, aber warum macht er mich den One-Hit? Weil das Schwert das kann, Lukas. Nein! Du! Du! Dieses Scheisschwert! Krone! Ich wollte ja reinbeißen, aber du bist ja leider schon zu früh gestorben. Das ist auch die Regeln. Nein, nein! Du bist doch schnell verreckt, was soll ich machen? Okay, gut. Dann weiß ich jetzt auch nicht da rein. Ne, du beißt jetzt rein! Du beißt jetzt rein! Ich hab schon, ich hab schon. Halt's Maul! Okay, ich mach's gleich, ich mach gleich. Okay. Ich werde gleich zweimal reinbeißen. Du machst jetzt! Mach jetzt! Weiß jetzt rein! Lukas, wir spielen grad weiter. Ich muss die Kautschen hier an dieser Stelle. Das Geile ist, dass die Wunden, die man im Mundraum hat, richtig schön brennen, oder? Richtig schön brennen, oder? Das ist Schockgeselle, Alter. Also Leute, wenn ihr mal irgendwie eine offene Fold oder sowas habt, einfach mal diese Tone draufdrücken. Geil! Und ihr leidet euer Leben lang. Will man ja eigentlich auch, oder? Klar, warum nicht? So, Lukas. Ja, richtig. Kann sein, dass der weitergelaufen ist. Die Menschen hier haben tatsächlich teilweise Beine, die spielen. Das ist krank. Ach nein. Das ist so ein Element im Spiel, was ich extrem feier, weißt du? Die bewegen sich weiter. Das ist heftig. Da vorne ist er nämlich. Ja, da sind zwei. Das wird nur zu Boden. Gehen wir einfach weg, oder? Es geht doch nicht darum, wer die meisten Kills macht, sondern wer dann am meisten stirbt, das wird das in den Sinnfalle. Ey, das ist so behindert. Du kriegst, warte, du kriegst einen doppelten. Du kriegst einen doppelten. Ja, was? Du kriegst einen doppelten. Ich mach's selber. Ich treufe dir was in den Mund. Ey, da kommen auch Kerne raus. Nein, komm da nicht, guck mal. Geisteskrank, guter Content. Schmeckt. Okay Leute, ich würde sagen, wir gehen direkt in die Runde 2. Was für Runde 2? Das reicht. Nein, Digga, 12 Minuten, das reicht doch nicht. Lukas, du bist noch nicht fertig. Du hast dich hier ein bisschen bekleckert. Ja, Junge. Keine Sorge, Zitronensaft auf der Kleidung, gib Flecken. Das ist gut. Ja. Ich muss jetzt genau die richtige Anstellung finden, warte. Okay. Wir sind in der europäischen Todesturne, Alter. Ey, du hast deine Zitronische Rieche gegessen, oder? Ja, ich fress die Riechen. Ich beiß da nur rein, bei mir ist doch alles dran. Ja, Lukas, das zeigt dann auf jeden Fall, wer hier der krassere Typ von uns weisen ist. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall Alcrimax nebenan. Ist auch ganz schlau, direkt zu B komplett in die Mitte zu gehen, weil da kommt bestimmt keiner. Ich habe zwei getötet. Nein, du hast einen getötet. Lest doch mal den Chat. Ne, mach ich jetzt an der Stelle. Okay, lass lieber. So, okay, nice. Sehr schön, Jungs. Hier die Flagge geholt und noch einen Kill gemacht mit der Grenady, Alter. Sehr nice. Okay, Lukas. Pass auf, da vorne sitzt. Da war einer. Ich habe sie gesehen, ich habe sie beide gesehen. Ja, da schieß doch. Und? Oh. Okay, trotzdem haben sie jetzt A eingenommen. Der ist noch einer. Der ist derselbe, ne? Ja, der ist auch noch ein bisschen. Und das war's. Das war's. Das war's. Hä, warum? Ja, jetzt aber, das sind so viele Leute, das ist keine Chance. Genau. So, komm, mach mal weiter. Boah, das tut halt richtig weh im Rachenraum. Aua, boah, ich habe einen Sodden. Boah. Lukas, ich kann nicht mehr. Ja, ich will auch nicht mehr. Doch, du kannst noch, glaub mir. Ich kann dir gar nicht zocken wegen den Scheißhidronen. Achso. Achso. Ja komm, hast du, hast du, hast du, hast du safe, hast du safe, hast du safe. Sehr gut, Lukas. Sehr gut, Alter. So will ich das sehen. Boah, hier ist Supermoni oder wie die heißt, ne? Das ist Hypermoni, aber du weißt nicht, meine Megawaffe ist auch scheiße. Das Problem ist einfach, du bist auch scheiße und ich kann damit umgehen. Ah. Du musst jetzt sehen. Okay, gut. Ja, wow. Wow, die ist ja mega scheiße, ja. Boah, der war doch tot. Ja, krass. Ich würde sagen, gönn sie die Zitrone, ich hab dir gesagt, was die war für scheiße. Der heißt Meats Meats. Meats Meats. Okay, Digga, pass auf. Jetzt, jetzt hier. Ja, schön mein Kill noch holen jetzt. Der war doch nicht mal down, Alter, war nicht mehr. Ach, komm. Boah, so langsam gewöhnt man sich aber dran. Das ist gut. Einen wenigstens töten, Mann. Bleib da, bleib da, geh zurück. Das ist ja dieser Stein, Alter, rette mir den Gött, Alter. Und ich töte ihn noch, yes. Oh mein Gott, nein. Yes, Danny. Norwegen, dein mate, Norwegen. Links oder da ist ja noch einer runter, ne? Boah, pass die Granate von ihm. Nein. Digga. Okay. Nice. Hey, wo Messer hat man bei dir? Ich schwör, meine Zitrone ist leer. Oh, ne, doch nicht. Boah, ich kann nicht im Küken. Wo Messer hat man bei dir? Ich kann nicht mehr, Lukas. Hier ist wieder Meats Meats. Meats Meats, Alter. Werf eine Granate. Die Granaten, die ich habe, sind extrem stark. Kannst du mit G werfen? Ja, ich weiß schon. Schön da hoch, Alter. Wo ist G? Komm, komm, komm. Er wirft nicht. Anscheinend habe ich keine. Easy kill, oder? Oh, noch einer! Nein! Warte! Oh Gott, du bist nicht gestorben. Ah! Ich wollte gerade schon sagen, Alter. Ich wollte es gerade schon sagen, Dicker. Gönnt ihr die Zitrone! Ich habe ohne Stress keinen Bock mehr. Leute, wenn ihr Bock habt... Ja, ich mache es schon. Wenn ihr Bock auf weitere Pro-Plays habt, wie gesagt, kann ich euch nur den Stream am Donnerstag empfehlen, meine Freunde. Denn dieser Stream... Ah, mein Akron, Leute. Es wird eskalativ. Nein, sagt mir nicht, ich habe das als Supercharge. Hat er nicht One-Hit gemacht? Doch, aber das Ding ist so scheiße als Supercharge. Das ist der schlechteste Supercharge, was es gibt. Ich finde das Schwert deutlich geiler tatsächlich. Ja. Oh, du bist tot. Nein. Natürlich bist du tot. Nein, guck! Karnate! Ja, ja, schieß am besten links rüber. Da war keiner, aber... Oh, war ganz gut. So eine Unverschämtheit, Alter. Aber er hat Golden Gun benutzt, guck. Heißt, der war Supercharge oder was? Kann man jetzt machen. Also eigentlich würde ich sagen, dass das zählt ist, oder? Doch. Warte. Tu es nass. So. Ja, ist gut. Ba, Junge. Ba! Was machst du? Ba! Oh mein Gott, das macht doch viel schlimmer, Alter. Das ist doch ständig geil. Soll ich gleich mal richtig deine Zunge da rein, Junge. Du wirst sterben vor Sau. Was ist denn das für eine Waffe? Das ist eine, ähm, genau. Ja, guck mal. Karnate, geh, 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 geh. Der hat keine. Ach nee, Kuh. Ja, dann sag doch. Ja, nachladen. Hä? Warum hat er denn keine Karnate? Ja, hier der Typ, Super Saiyajin oder was? Was? Bau, 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 bau. Messer. Ah, fuck. Ja, ja, Lukas, was soll ich sagen? Gönn dir auf jeden Fall ein... Junge, ich will nicht, Alter. Ich hätte ein bisschen jetzt mal rein... Ich hab mir jetzt schon noch reingebissen. Oft genug, aber du musst auf jeden Fall so einmal richtig Kranke reinbeißen. Komm, ich will jetzt einmal in Close-up sehen, wie du da richtig schön in die Zeitlupe reinbeißt, das ganze Wasser spritzt, Alter. Gönn dir. Geiles Format, Leute! Geil, Mann. Geil. Okay, okay, okay. War mal gut, oder? Ja. Würdest du schon sagen, dass das wieder... Da ist noch an meinen Lippen dran, wenn ich rede. Ja, geh mal weiter rein, du Titzel. Wo hast du jetzt geworfen? Wie geht das? Ich weiß es nicht, tatsächlich. Cool. Ja, und tot. Weißt du, meinst du die Typen, den ich gerade umgebracht habe? Der ist tot. Richtig. Dann, Lukas, war doch alles hier geplant, Alter. Das war einfach Lack. Ja, da musst du jetzt ein... Ja, was, ein Lack, der war eh schon tot. Achso. Ja. In diesem Sinne. Ja, okay, ja. Wird besser. Lukas, 3 hast du hier gerade. 3 hast du hier gerade. Ja, komm. Sag ich sogar besser für mich, wenn du da voll rasierst, muss ich nicht spielen. Alter, was geht denn ab bei dir? Vierer. Vierer. Vierer, vierer, vierer. Ich glaube, bei einer Fünfer steht was unter dem Chip. Nein! Nein! Was ist das denn? Oh mein Gott! Ah, nein, 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 nein. Ich wollte gerade das ganze Game wenden und da passiert so etwas unfaires Dreistes. Ich liebe Zitronen, Mann. Korrekt, hau rein, gönn dir. Was war das denn? Hör auf! Was war das? Ja, reinbeißen. Ja, so. Ein Stück runter. Schön runter. Was machen meine Mates denn? Hilf doch mal! Level up, hier! Ja! Ich hab mir viel gemacht. Ja, wir haben trotzdem verloren. Puh! Wir mussten nicht mehr reinbeißen. Wow, auf jeden Fall. Leute, das war's auf jeden Fall für dieses wunderschönen Video. Checkt auf jeden Fall die Demo in der Beschreibung ab. Schaut auf jeden Fall bei WeifeDemo bei meinem Freund. Ja, läuft der. Warte, wie viele Kinder haben wir? Zwölf. Oh, ey. Junge, wir sind sogar Zweiter gewesen, Alter. Donnerstagabend gibt's dann wieder so einen Destiny-Stream mit einer fetten Verlosung. Ich freu mich drauf. Boah, das tat weh. Macht's gut und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao!